Lass mich hinein. Wer bist du? Ich bin Catherine Linton. Ich bin Heifelcom. Ich hatte mich im Moor verirrt. Seit 20 Jahren hatte ich kein Zuhause mehr. Lass mich los! Hör auf damit! Lass mich los, du kleiner... Begrüßt euer neuen Bruder. Ich werde deinem Bastard die Schmerzen, die du mir zugefüllt hast, mit Gleichem vergeten! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!